ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen c64 special ja pünktlich zur europameisterschaft habe ich mir gedacht ich spiele mal ein fußballspiel und ja ein spiel aus dem jahre 1983 wurde glaube ich dann 1988 noch mal veröffentlicht ich glaube 1988 bin mir jetzt nicht sicher ja international soccer ich weiß nicht ob ihr es kennt es hat nicht viele fußballspiele am c64 gegeben oder nicht so viele eins will ich wahrscheinlich nächste woche noch bringen da ja die em noch ein bisschen länger läuft und ja ich hoffe österreich ist länger dabei als nur die vorrunde so ich würde sagen wir starten das spiel mal so ja sound gibt hier leider bei dem spiel nicht viel so ok gut ich spiel in weiß-schwarz ja das ist mir eigentlich egal und stufe 1 stelle ich mal den computer und ja ich habe vor allem mit stufe 1 gespielt habe ich gerade knapp und knapp gewonnen also die weißen sind wir wie die alte österreichische stress weiß-schwarz schauen wir mal was wir schaffen oder was wir nicht schaffen das ist hier die frage so ich warte eigentlich auf den anschluss auf den tief da ist er lalalala oh mein gott sieht nicht gut aus sieht nicht gut aus für uns zum glück ist der computer auch halbwegs unfähig genauso unfähig wie wir ja in den sechzehner hinein nein ja wir sind unfähig wir haben ihn 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 los 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 ja er ist unfähig ich habe sie ja gesagt der computer ist unfähig der computer ist unfähig und ich kann kalt aber nicht schießen nein nein spielerwechsel ja lauf vor ist lauf lauf so ja wo sind meine spieler ja ja was habe ich gesagt wir spielen mit österreich ja ok an ähm nicht den ball liegen lassen laufen laufen schnell leer nein das problem ist hier kann man kaum passer spielen denn der ball fliegt halt einfach durch die gegend und bei irgendjemand landet er dann ob es freund oder feind ist ist die andere sache aber das kopfball funktioniert bei dem spiel man mag es kaum für möglich halten oh mein gott immort entschuldigung ja abstoß 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 Nein! Was hält dieser Dormann heute? Lauf! Okay. Noch ein paar Sekunden, noch ein paar Sekunden. Ja, holt ihn euch! So, Ausgleich vor der Halbzeit, Ausgleich vor der Halbzeit unbedingt. Nein! Ja, das war stark, 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 wir sind zurück vor der Halbzeit, das ist wichtig für die Motivation. So... Nein! Okay. Gut, wir hätten die erste Halbzeit mal überstanden und... Ja... Hm... Ja, die Spieler gehen alle in die Kabinen, schön, da kommen die Torleute. Ich glaube, das sind die Torleute. So... Ich muss mir kurz noch was zum Trinken einschenken, sonst schaffe ich die zweite Halbzeit nicht. So... Ja... Die Spieler kommen ja schon wieder. Oh, oh... Und ich habe nicht Anstoß. Der Feind hat Anstoß. So... Nein! Okay. Ein Wurf, der Feind. Oder? Ja... Feind hat Einwurf. So... Aber ich habe den Ball! Ich habe den Ball! Ich habe den Ball! Nein! Lauf, Forest... Lauf! Lauf, Forest... Lauf! Nein! Der hat den! Der hat den! Der hat den schon wieder! Aber jetzt nicht, jetzt nicht, wir sind in Führung gegangen das erste Mal, na schön. So, schafft ihr den? Nein. Okay, Zeit schinden, Zeit schinden, Zeit schinden. Den versuchen wir, den versuchen wir, den versuchen wir, den versuchen wir. Nein! Ist da vorne? Nein, da vorne ist niemand. Ich habe mir gedacht, ich versuche es mal. Was macht er? Eine Kopfballstaffette? Ah, mir, meins. Ja, genau, so macht man einen Pass, so macht man einen Pass. Und, 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 Tor! Iwerlarisch! So, 3 zu 1! Ja! So! Noch ein paar Sekunden, die müssen wir noch aushalten, die müssen wir noch aushalten. Nein! 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 Passt! 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 Sehr gut! Äh, da geht wieder nicht zum Ball! Wir haben schon lustige Spieler! Okay, noch fünf, noch ein paar Sekunden, so. So, und damit haben wir das Spiel gewonnen. Oder? Ja, da kommt unsere siegleiche Mannschaft wieder aus der Kabine. So, und die Prinzessin. Oder das Model, oder was auch immer, überreicht uns den Bot. Ja! Was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt C64 Special mit mir, mit dem Chasen. Wie gesagt, über ein Abo, ein Like, ein Kommentar. Ich freue mich über alles. Ich werde auch versuchen, alles zu beantworten. Und das nicht immer rechtzeitig. Zu 90% beantworte ich am Wochenende. Also, ich hoffe, es macht euch nichts. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play C64. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.